Einheit bereit. Wird gebaut. Fehler. Bau abgeschlossen. Abgebrochen. Äh, ich glaube, ich sollte ein paar Titane entweder zur Sicherung zurücklassen, oder aber ich sollte ein paar Basistürme mit RPG-Werfern hinterlassen. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Auf jeden Fall so, dass der Gegner keine Möglichkeit hat, irgendwie... ...in irgendeiner Art und Weise uns zu ärgern. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die zivilen Einheiten von sich aus gegen die Cyborgs vorgehen. Das finde ich schon mal ganz gut. Muss ich ja tatsächlich sagen. Einheit bereit. Abgebrochen. Ja, ja, abgebrochen. Ja, weiß ich auch nicht. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Also das kann ich ja sehr gut tatsächlich. Festumbauen, das kann ich. Also... Gerade Command & Conquer Tiberian Sun bietet sich dafür hervorragend an. So. RPG-Werfer, da ist er. Oder RBG-Werfer. Entschuldigung, nicht RPG-Werfer, sondern RBG-Werfer. Ist ja gut. Lass mal da ruhig stehen, Ingenieur. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Ist das Geld? Müsste Geld sein, glaube ich, ne? Ja, hier. Jo, ist Geld. Wunderbar. So, erstmal den da, damit er nicht meine Kraftwerke so ohne weiteres angreifen kann. Einheit bereit. Was ist denn da? Ach, hier. Ja, Sir. Schade, den kann ich nicht klauen. Das wäre cool gewesen, wenn man den hätte klauen können. Bau abgeschlossen. Terminator-Protokoll aktiviert. Finale Beseitigung gegnerischer Biomasse wird vorbereitet. Einheit bereit. Ähä. Das klingt nicht gerade sehr einladend. Was? Okay, jetzt sind sie feindselig. Okay. Hui. Die armen Trottheimer, ey. Wir sind jetzt mitten im Geschehen. Aber so ist es nun mal. Im Krieg. Wird gebaut. Einheit verloren. Einheit verloren? Wo? Ach, hier. Die Vergessenen. Okay. Jo, ist dann halt so, ne? Ach, du Scheiße. Ja, danke. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Sei Druck zu schnellen. Und vor allem, die haben auch einen großen Radius. Ich habe ja gerade den Radius sehen können, so ein bisschen. Wie weit sie schießen können. Und das ist sagenhaft, was die für einen großen Radius haben. Die vier werde ich mal da behalten, zur Sicherheit. Alter Schwede. Ja, es wird nicht einfach gegen Kabal. Es war klar. Es war klar, dass das passiert. Ich würde auch mal sagen, die Deckung hier ist ein bisschen zu leicht. Ich sollte mal die, äh, Befestigung ein bisschen verstärken. Es bringt auf jeden Fall was, RPG-Werfe vor Ort zu haben, wie ihr seht. Also die hauen ordentlich was weg. Wie man gerade gesehen hat. Und nochmal. Jawoll. Geil. Weg damit. Sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal einen RPG-Werfer hin. Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal ein weiteres Kraftwerk. Also wir haben zwar noch ein paar Energiereserven, aber es ist nie verkehrt, nochmal ein paar mehr zu haben. Oh, und der Angriffs-Trupp, der wächst auch. Das ist ganz gut. So, ihr seid das neue Team 1. Ihr seid das Defensiv-Team. Das Team für den Verteidigungseinsatz. Und das andere Team, das jetzt gerade gebaut wird, ist dann das Angriffs-Team. Und als erstes zerstören wir diese Frechheit hier unten. Das ist unser erstes Ziel. So, sollten wir Heliports bauen? Ich glaube nicht, dass sie erforderlich sind. Deswegen lasse ich die einfach mal weg. Aber eine Werkstatt ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, und vielleicht der eine oder andere Moloch vielleicht? Einheit verloren. Ich weiß nicht, ob der Moloch ehrlich gesagt hilfreich sein wird. Zerstören Sie Kabals Stützpunkt und seine Streitkräfte. Ja, ja, ich weiß ja, wo sein Stützpunkt sitzt. Einheit bereit. Genau, hier unten, den er gerade so schön versteckt hat. Alter Missau. Bau abgeschlossen. So, einmal die Werkstatt. Bringt uns keine neuen Bauoptionen. Das ist bedauerlich, aber es macht auch nichts. So, ich hoffe, das reicht. Ein Kampf gegen Kabals Einheiten. Erstmal. Bis dato bauen wir weitere. Weitere Titane. Also die Titane sind ein Schmuckstück der GEI-Waffentechnik. Muss ich tatsächlich zugeben, wohl oder übel. Ja, ich lobe den Feind. Sowas kommt tatsächlich auch mal vor, dass ich den Feind lobe. Einheit bereit. Provoziert ruhig eine Zerstörung der Brücken. Wer könnte mir aufbauen? Also so ist es nicht. Und tschüss, Mann. So, das war sein Angriff. Und jetzt kommt unser Gegenschlag. Einheit bereit. Aha. Mir scheint, dass Kabal mehrere Stützpunkte hat. Entweder das oder er ist extrem gierig nach Tiberium. Jungs, dass ihr da auf der Brücke bleibt, finde ich jetzt nicht so geil. Einheit bereit. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ihr so schnell wie möglich von der Brücke runter geht. Ja, die Cyberkommandos, die werden uns ordentlich zusetzen. Das stimmt wohl. Einheit bereit. Die werden uns ordentlich zusetzen, weil das sind mächtige Einheiten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch mit einer der mächtigsten Kommandos im gesamten Command & Conquer-Universum. Der Kommando aus Tiberian Sun. Der ist echt der mächtigste von Nord übrigens. Mit dem Ghost Talker der GDI. Oder Ghost Talker. Das sind echt die mächtigsten Einheiten, die es in Command & Conquer, was Kommandos angeht. Wenn man von einem späteren Kommando aus Alarmstufe 3 absieht. Aber ich glaube, die Kommandos geben sich da jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel. Wir sehen hier gerade einen verheerenden Nachteil des RPG-Werfers. Er mag es nicht, wenn Einheiten zu nah dran sind. Haben wir jetzt auch mal gesehen. Also, falls ihr mal Schwierigkeiten gegen solche Einheiten haben solltet, ihr wisst Bescheid. Na, lass mich raten. Dicker Obelisk. Ja, das war klar. Ich habe mir gedacht, dass du da deinen fettem Stützpunkt setzen hast, Kollege. Das war klar. So. So. Man muss tatsächlich sagen, dafür, dass die Treffsicherheit der Artillerie eigentlich reduziert wurde, treffen sie noch erstaunlich gut. Zumindest die KI-Artillerie, ne? Ist ja klar. So. Gut, das sind jetzt nicht so viele übrig, aber es sollte... Augenblick, Mann. Ernsthaft? Ich würde vermuten, dass das zwei verschiedene KI-Spiele sind. Das würde auch erklären, warum man zwei Kommandos hat. Normalerweise darf man logischerweise nicht mehr als ein Kommando haben. Aha. Wunderbar. Was? Da ist ja noch eine Artillerie. Und natürlich trifft sie auch. Wie? Sammler wird angegriffen. Jo. Einheit bereit. Einheit bereit. Alles klar, Freunde. Einheit bereit. Ah. Was habe ich denn da gerade gesehen? Ah. Bauhof hat er auch. Oh. Einheit für die Ohren. Einheit bereit. Ich habe doch eben gerade hier ein Kraftwerk gesehen. Da ist es. Easy befehlen. Ja. Jetzt sage ich mal. Terminieren. Motor an. Motor an. Easy befehlen. Nicht nur du kannst das, Kamal. Das kann ich auch. Einheit bereit. Terminieren. Das Spiel geht auch zu zweit, Freund. Ja. Ja. Hier. Gut, von unserer Offensive ist jetzt nicht unbedingt so viel übrig. Aber es reicht dennoch aus, um die Gegner zu ärgern. Mhm. Mir scheint, er hat seine Basis ganz normal aufgebaut. Zerstören Sie Kabals Stützpunkt und seine Streitkräfte. Das Problem ist, Mädel, er hat zwei Stützpunkte. Einheit verloren. Ja. Was ich übrigens auch nicht wusste. Ja. Kein Krieg. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid und können uns dementsprechend auch rumkümmern. Und er baut auch nach. Ah. Mobiler Generator, okay. Einheit verloren. Einheit bereit. Gut, dann würde ich vorschlagen, knacken wir erstmal seinen Bauhof. Dann hat sich das nämlich mit dem Nachbauen erledigt. Zumindest ist es an der Basis. Sehr schön. Und die Waffenfabrik. Braucht er nicht mehr. Oh, ich hoffe, dass das echt alles aufgenommen wird von Loilo. Es wäre echt ärgerlich, wenn Loilo das nicht aufnehmen. Aber Loilo hat das ja beim letzten Mal schon aufgenommen. Deswegen habe ich auch Hoffnung, dass es dieses Mal auch klappt. Zu wenig Geld. Aber ich bin vorsichtig bei Loilo. So, das war schon mal dein Sammler. Jetzt erledigen wir aber erstmal deine Kraftwerke. Jawohl, sehr schön. Er hat aber immer noch Energie. Immer noch. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Genau da sitzt die Energie. Super. Gut, da werden wir nicht mehr viel ausrichten können dann. Ach, du heiliger. Okay, seine Cyborg-Produktion läuft auf Hochtouren. Aber meine auch. Nur für meine sind keine menschlichen Komponenten erforderlich. Achso, okay. Gut, dann zerstören wir mal seinen Sammler. Sehr schön. Augenblick mal. Ich habe eine bessere Idee. Ich hoffe mal, dass er seinen Obelisken hier noch nicht nachgebaut hat. Falls doch, wäre es sehr ärgerlich. Denn wir hätten für seine beiden Silos durchaus eine Verwendung. Ja, ich glaube, ihr wisst was. Da war gerade was. Na, hat er den Obelisken da wieder aufgebaut? Na, na, na. Ich vernehme keine Aufladung. Also nehme ich mal an, hat er den noch nicht neu aufgebaut. Ja, das könnt ihr ruhig machen. Das ist auch eines der letzten Sachen, die sie noch vollbringen können alleine. Kabal hat also zwei Stützpunkte in dieser Region. Es kommt da jetzt auf einmal. Baut mir weitere Terminatoren. Ja, genau. Baut mir weitere Titane. Terminatoren, alles klar. Natürlich. Ich habe kurz mal ins falsche Merch gerutscht. Gut, hier ist alles soweit im grünen Bereich anscheinend. Das freut mich. Freut mich sehr. Weil hier der Vorteil ist, dadurch, dass die Straßen hier bekanntlicherweise aus Beton sind, können der Gegner da nicht landen. So ein Scheiß aber auch. Das tut mir auch überhaupt nicht lachen, mein Freund. Einheit bereit. Okay, die Leute sind alle noch da. Wir werden die Anlage auch noch zerstören. Keine Sorge. Das kriegen wir noch hin. Aber erstmal würde ich mir ganz gerne das Geld krallen, das er hat. Einheit bereit. Und die Titane folgen auch direkt. Einheit verloren. Ich wollte gerade sagen, es wäre ganz... Zerstören Kabals Stützpunkt und seine Streitkräfte. Ja, 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 ja. Bestätigt. Es wäre ganz nett, wenn ihr euch davon entfernen könntet. Einen Obelisken hat er tatsächlich wieder aufgebaut. Aber das macht nichts. Ich werde mir trotzdem sein Dings krallen. Sein Silo. Sein schön gefülltes Silo. Es wäre doch schade, wenn das einfach so draufgehen würde. Bau abgeschlossen. Es wäre echt schade. Bestätigt. Erwarte Anweisungen. Und da er ja hier keine von seinen Spinnen hat vor Ort. Kann ich in Ruhe. Gebäude erobert. Mir sein Silo. Neue Baumöglichkeiten. Ich habe noch nicht meine Kaserne gebraucht. Einheit bereit. So wichtig ist mir die Kaserne in dieser Mission. Wahnsinn. So was von überhaupt nicht wichtig. Einheit bereit. Dann klauen wir uns jetzt das nächste. Einheit verloren. Zerstört diesen scheiß Obelisten. Gebäude erobert. Einheit bereit. Wunderbar. Ach, guck mal an. Die Raffinerie will ich aber ehrlich gesagt gar nicht haben. Ich will eher den Störgenerator haben. Der hier irgendwo sitzt. Ach, guck mal an. Ein Kraftwerk. Und ein Obelisk. Super. Einheit verloren. Da ist der Stör. Volltreffer. Geil. Das war ja gerade ein schöner Volltreffer. Gut. Dann nehmen wir jetzt eine Basis auseinander. Wird gebaut. Bin jetzt mal gespannt, ob jetzt gleich die Energie bei ihm ausfällt. Nein, er hat immer noch nicht. Einheit verloren. Wieso einen hat verloren? Wo ist mein Ingenieur eigentlich hin? Wird hergestellt. Äh. Das heißt, der Obelisk da unten funktioniert leider immer noch. Mh, blöd. Einheit bereit. Ingenieur, er hat sich. Das ist echt blöd. Ich will die Raffinerie von ihm haben. Einheit bereit. Einheit verloren. Ja, es war klar, dass das passiert. Sehr schön. Und jetzt die Kraftwerke. Es dürften seine letzten sein. Danach dürfte er keine Energie mehr haben. Also die erste Basis davon nicht. Alter, der Energie, ey. Wahnsinn. Heftiger Junge. Sehr schön. Das gelten ich doch gerne an. Einheit bereit. Können wir wunderbar weitere Titane produzieren. Und er hat keine Energie mehr. Also das bestätigt meine Vermutung, dass es zwei KI-Spieler sind. Ja, ja. Einheit bereit. Ui, was kommt denn da? Da kommt Cyborgs. Bau abgeschlossen. So, und dann bauen wir erstmal eine reguläre Kaserne hier mit hin. Kann ja nicht sein, dass wir hier keine reguläre Kaserne haben. Das gibt's doch nicht. Geht ja gar nicht, Freunde. So, ihr kümmert euch bitte um die Reste. Der alten Basis von Not. Dem ihr sie platt macht. So. Alles kaputt machen hier. Einheit bereit. Wir haben nur noch zwölf Minuten, sehe ich gerade. Wird gebaut. Einheit bereit. Ja, ihr. So, das war sein Stützpunkt Nummer eins. Der ist im Arsch, würde ich mal sagen. Ich betone es extra nochmal für YouTube. Im Arsch. Ne? Da ich ja nicht monetarisiert bin, kann ich es mir durchaus leisten, das zu sagen. Hehehe. Jo, sehe ich auch so. Ja, ja. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Na, schafft ihr das, Jungs? Gegen die Cyborg-Fabrik da drüben? Zerstören Sie Kabals Stützpunkt und seine Streitkräfte. Sammler wird angegriffen. Ich bin dabei, Mädchen. Ich bin dabei. Ich arbeite dran. Er kommt auch nicht ran. Einheit bereit. Finde ich gut. Ja, kann mal ein bisschen die KI, ne? Das ist ein schöner Vorposten eigentlich, oder? Ich glaube, den sollten wir tatsächlich auch mal behalten. Finde ich. Wird gebaut. Einheit be... Einheit be... Ich bin dabei. Ich bin dabei. Untertitelung des ZDF, 2020